Hallöle und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Grounded. So, also, wir haben es schon wieder spät, das heißt, wir können einmal schlafen. Und dann würde ich sagen, fangen wir den nächsten Tag direkt damit an, einmal zu Burgle zu rennen, neue Missionen zu holen, um mal zu gucken, wie weit wir kommen. Okay, also die Dinger sind direkt erledigt, wenn man sie dorthin legt. Das ist natürlich nicht ganz so cool, so, das können wir erforschen. Wollen wir mal schnell gucken, ob wir hier nochmal ein bisschen was an Clover-Kram basteln können. Fiber, Leaf und Sprig. So, das haben wir, das haben wir, was brauchen wir denn für das Zeug hier? Zep und Shales. Und zwar eins, vier, sechs. Das würde ich doch nochmal gucken wollen. Machen wir sechs, wir haben sechs. Megacool. Nehmen wir das noch, die beiden noch. Und dann gucken wir schnell. Ähm, Trash, yes. Trash, yes. Ach, wobei, stopp. Die brauchen wir doch hier, oder? Jawohl. Dann machen wir das doch. So. Ähm. Genau, Movies. Und Sepp habe ich vergessen. Okay. So, gucken wir nochmal. Leck braucht Obies. Und zwar mehr, als wir haben. Wir brauchen von denen noch ein paar. Und Mightfuss brauchen wir noch. So, dann besorgen wir jetzt schnell ein paar Boogies. Das machen wir auch noch schnell. Nebenrum machen wir was. Boogies kriegen wir am schnellsten hier hin. Das ist nur irgendwo hin, wo es Gras gibt. Wo ist der Beatle? Da unten. Da hat er uns auch entdeckt. Da sind so reichlich Spreaks. Dann gehen wir auf die andere Seite. Hacken hier nochmal ein bisschen Gras weg. Hier unten dürfte bestimmt auch noch eine Menge liegen. Hier brauchen wir Obies, Obies, Obies. Zack. Ach, geh weg. Jetzt mal so eine Art. Vier. Noch einer. Da vorne ist die Spinne. Oh, oh. Ich dachte, die hält mich. Einer noch. Hier. Zack. Nicht hier halb voll beladen, wieder weg. Das ist ja Quatsch. Machen wir nicht sowas. Was liegt da? Erfindes Zeug. Jo. Cool. So. Dann nochmal hoch. Mit der Nutshell Rüstung halten wir zumindest ein bisschen was aus. Hätten wir. Den einen Sprick haben wir noch. Oh, einen haben wir noch. So, da rein. So. Jetzt sollte es aber tatsächlich passen. Dann nehmen wir die Maske. Craft and Equip. Chestplate. Reicht nicht. Und die Beine auch nicht. Ich brauche noch mehr Wobeys. Oh. Mehr Wobeys. Da kommt die Spinne jetzt näher. Bisschen. Nehmen wir mal das. Das hilft auch. Nehmen wir mal ein bisschen weiter hier rüber diesmal. Wir brauchen sechs. Wie viel brauchen wir noch pro Wobeys? Schnell mal gucken. Drei. Das heißt, wir brauchen aber doch schon ein bisschen was. 18 Stück, ne? Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Wir haben vier. Ameise, hau ab. Jetzt hau ich dich gleich noch aus Versehen. 13 haben wir. 16, ein. Ist doch nicht wahr. Und ich habe keinen Quarz dabei. Gucken wir mal einen neuen bauen. Fehl ein Peblitz, Peblitz. Fliegen finden wir hier garantiert. Eins. Noch ein Peblitz. Peblitz, Peblitz. Ach, ich habe doch einen Hammer. Hau mal hier so ein bisschen weg. Und noch mal. Jetzt haben wir noch Peblitz. Axt. Craften. Hammer. Die können wir dann trashen. Die brauchen wir nicht mehr. Tschüss. Ja, jetzt haben wir wahrscheinlich noch mehr Boobies. 18 haben wir gesagt, ne? 19 doch reicht. Was wir haben. Das haben wir. Dann ab nach Haus. Bock. Rauf aufs Steinchen. Rauf aufs Steinchen. Also ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir die Location doch relativ gut. So, erstmal die Boobies machen. Ja, also man kommt tatsächlich schnell überall hin. Das, was hier natürlich für den Anfang ein bisschen schwierig ist. Hier gibt es natürlich alles an Viechern. Aber ich denke, an und für sich sollte das jetzt nicht das Riesenproblem sein. Also, was haben wir denn jetzt gebaut? Nicht, dass ich jetzt irgendwas hier doppelt bastle. Ups, falscher Knopf. Der ist das Inventory. Wir haben jetzt die Maske. Maske haben wir. Dann fangen wir mit denen hier an. Zack. Und dann brauchen wir noch einen Bobby. Echt jetzt? Habe ich hier nichts? Doch. Aber auch. Ach, andersrum. So, machen wir das. Und den Chessplate. So, dann können wir das wieder wegpacken. Das alles wegpacken. Wegpacken. Das müssen wir noch analysieren. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das haben wir alles angezogen. Das haben wir auch dabei. Das müssen wir noch analysieren. Sonst haben wir hier alles. Gut. Jetzt aber das große Ziel. Wie sehen wir denn aus hier? Inventory. Auch cool. Hat der nur ein Auge? Cool. Nur ein Auge zum Gucken. Ob das so richtig ist? Scheint so. Geil. Gut. So. Also, Futter. Ist alles gespoilt. Müssen wir mal Pilze fressen. Und dann geht's zum Börgel. Börgel ist da hinten. Und ein neues Dennylein. Den brauchen wir gleich noch. Wir gehen wieder mitten durch die Action Zone. Hups. Gucken. Verfolgst du mich denn hier rüber? Nein. Sehr schön. Das Gemeinde ist nur da vorne. Ist gleich die nächste. Egal. Laufen wir einfach erstmal weiter. Verbände. 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 Habe ich glaube ich immer noch keine gebaut. Was brauchen wir dafür nochmal? Craft. Health. Sepp. Und Plant Fiber. Er sammelt es nicht ein. Jetzt hat er es. Irgendwo gibt es doch bestimmt noch ein Ästchen. Hier. Wo der Ast ist, da gibt es auch Sepp. Sepp. Pebble. Kein Sepp für mich. Doch da ist noch was. Gut versteckt. Darf ich jetzt? Jetzt darf ich. So. Echt jetzt. Ein Gnatz. Toll. Wie ist der Vogel schon lange lang? Der kommt aber doch oft. Habe ich so den Eindruck. Was zu trinken? Guck mal. Hier haben wir die Saftkanne. Ein Säftchen. Scoop. Scoop. Und hier trinken wir nochmal ein bisschen mehr. Futter wir noch die Pilze auf. Dann haben wir das auch schon mal geklärt. Die laufen in die falsche Richtung. Da wollen wir hin. Weitere, weitere, weitere. Wir legen halt mal ein neues Dandelion in Taft holen. Bladida. Marienkäfer. Ups. Wir machen mal hier hoch. In dem Bereich der Eiche fühle ich mich doch wohl an, wenn ich hier oben renne. Dabdi-da, dabdi-da. Nicht schlimm. Wir sind trotzdem am Ziel. So, dann gucken wir mal, was der Lucute Burgle für uns hat. Wie habe ich das Ding jetzt hingekriegt, dass ich da jetzt nicht mehr im First Person bin. Na, ist nicht schlimm. Ich behalte das mal so. Analyziere. Ameisenbein. Mama. Hand Club. Sehr schön. Close. Dann gucken wir mal, was der gute Burgle von uns möchte. Lava, Ladybug und Weevilnose. Herrlich. So, gerade noch mal ein paar Screenies gemacht. Können wir doch sicherlich was mit anfangen nachher. So, also den Krempel hier haben wir jetzt erledigt. Wir haben Quests abgeholt. Drei Stück. Ladybugs. Eieieieiei. Jetzt schon. Und analysiere Weevilnoses. Okay, also Weevilnose ist überhaupt kein Thema. Okay, Lava, da füllen wir mal in den Sumpf. Fühle ich mich auch noch nicht so mega reif für. Ja, das heißt, wir müssen uns jetzt mal darauf konzentrieren, vernünftige Waffen zusammenzukratzen. Craft. Tools. Ich denke mal, das kriegen wir hier End Club. Das wäre jetzt so die nächste. Movies. Mandibills. Und Parts. Mandibills kriegen wir nur von denen unten. Okay, Spiky Sprick. Sistel Needle. Wobbies. Okay, das kriegen wir zusammen. Eine Sistel gibt es doch da hinten irgendwo. Und für Wobbies können wir hier Sachen machen. Dann machen wir hier mal eine Coiler on the run. Wir gucken mal, was wir mit der Coiler alles geregelt bekommen. Ah, hier nicht irgendwo die Sistel. Doch da vorne ist sie. Sistel. Sistel ist Distel, glaube ich. Distel. Da vorne ist sie. Jawohl. Oh, Wiebel. Keine Nose. Also, reicht das schon? Jawohl. So, dann muss es hin. Da unten. Craft. So, dann machen wir unseren Sperr gleich noch kaputt. Und dann tauschen wir um. Auch diese komische Keule. Hier gibt es Spinnen. Endparts brauchen wir noch. Oh, die kommen gefährlich nah. So war der Plan nicht. Oh, die Ameise dahin. Jetzt die Blätter weg, oder was? Tatsächlich cool. Jutensen. Ne, dann hat das keinen Wert jetzt. Dann gucken wir mal. Marienkäfer. Lava. Lava war im Sumpf. Sumpfmarker haben wir gemacht. Da hinten. Nehmen wir da mal hin. Bisschen so. Oder noch ein Spinner. Ach, die ist Nektarzeuges hier, ne? Äh, nicht Nektar. Pollen. Aber ich glaube, Pollen konnte man sowieso nicht erforschen. Trotzdem hätte ich gerne eins. Da liegt doch was. Können wir Pollen inzwischen erforschen? Nope. Dann laufen wir mal. Vorne ist die Dose. Da hängt es noch ein bisschen was getrunken. Also, wir halten an für Wiebels. Auf jeden Fall für Wiebels. Ansonsten. Habe ich das Ding nicht ausgerüstet? Ich habe gar keins. Dann müssen wir mal ein Dandelion und mal klatschen. Hier. Kriegen wir hier irgendwo was? Da ist eins. Oh, guck mal. Und da ist auch ein Marienkäfer. Schläft der? Jetzt nicht mehr. So, aber erstmal das Taft. Da sind sie. Nehmen wir mal beide mit. Und drücken wir einmal auf Equip. So. Ja doch, wir wagen das jetzt einfach. Das ist die Mission. Also werden wir das jetzt auch machen. Kann ich noch eine Bandage basteln? Die könnte mir eventuell den Popo retten. Hammer. Juden. Oh, das fand ich cool. Ich hänge fest. Ich hänge so richtig schön fest. Klassiker. Und Stingbeaklze auch noch. Herrlich. Das war gemein. Dann stehst du da. Dann hängst du da. Und wieder so weit weg von zu Hause. Möp. Egal. Laufen wir. Wir haben mal noch Zeit. Zack. Zack. Machen wir wieder hier die Abenteuerstrecke. Und uns wieder ein paar Spinnen an der Backe. Hops. La-di-da. Ja, so ohne Witz. Cool war das nicht. Das definitiv auch nicht. Dann laufen wir mal wieder. Das ist wieder einer von diesen Haken, die nicht aufgeben. Spiderlings. Da haben wir es wieder. Meine Ungeduld. Ungeduld, Ungeduld, Ungeduld. Was anderes ist es nicht. Dann doch den langen Weg. Spriks nehmen wir mit. Pebbles nehmen wir mit. Tot, tot, tot. Immer dieser Ungeduld. Status. Ich habe noch nichts weiter freigeschaltet. Das ist ja völlig verrückt. Laufen wir mal weiter. Ich will diese Steine nicht in meiner Hand haben. Mag ich nicht. Aber, ich kann sie auch nicht aus dem Equipment rausnehmen. Geht nicht. Er nutzt sie automatisch in die Hand. Und, wenn ich das so machen. Inventory. Unequip. So geht's. Umständlich. Aber in Ordnung. So. Das war der kleine Rucksack. Unterwegs noch ein bisschen Sepp finden. Nehmen wir das auch noch mit. Hier könnte es Sepp geben. Ich wusste aber auch nicht. Ne. 150 Meter. Woran bin ich da nochmal gestorben? Ach ja, an dem Marienkäfer. Haben wir dich schon? Ich denke. Crubs, ihr erschreckt mich nicht mehr. Marienkäfer ausfällig gemacht. Den holen wir uns gleich noch. Stinky, hm? Mauer. Und schnell weg. Nicht wieder hängen bleiben, bitte. Aber vielleicht können wir das diesmal so machen. Dass wir Marienkäfer und Stinker zusammenbringen. Keine Ahnung, wer den Fight gewinnen würde. Ne. Lassen wir. Was gehst du da? Ach, du magst diese Dinger, ne? Mach mal hier hoch. Kommst du da mit? Ja, also hier sind Gras, das ist echt mies. Oh, nicht gut. Ich hänge noch schon wieder fest hier. Bandage nehmen wir diesmal. Trinken noch ein Schlückchen. Kommt, Chargen. Ach, herrje. Nein. Also. Ähm. Bogen. Bogen wäre da noch eine hilfreiche Sache. Tool. Sprigbow. Gnattfass, Wormfiber und Sprig. Sprig. Wormfiber, Sprig, Gnattfass. Tools, Sprigbow, Gate. Und Arrow. Mitefass und Siskelneedle. Ähm. Mitefass haben wir tatsächlich reichlich. Und Siskelneedle haben wir nicht ganz so viel. Ist aber nicht schlimm, weil das können wir uns hier vorne direkt holen. Gucken wir mal, ob wir das hier mit der Hand kriegen. Und wir brauchen uns noch eine Axt bauen. Tablet, Sprig und Wobis. Sprigs waren da. Wo gab es noch einen? Sprig, Sprig, Sprig. Hier. Da sitzt ein Marienkäfer direkt zu Hause. Den werden wir uns auch auf jeden Fall holen. Ähm. Tablet, Sprigs, Wobis. Tablet Axt Inventory. So, jetzt aber. Weg, weg, weg. Axt dürfte er automatisch equipped haben, hat er. Oh, jetzt bin ich runtergesprungen. Das war jetzt auch nicht der Megaplan, aber gut. Manchmal ist es halt einfach so, ne? Das mit den Spinnen ist alles gar nicht so das Drama, wenn man nicht immer hängenbleiben würde. Mutation Cardio Fan, das ist ja cool. Machen wir hier noch ein bisschen. Ähm. Status Cardio Fan. Exhausting your tiny body over time. Over and over again. Adopt mal. Ah, guck mal. Man regeneriert schneller sein... Sag schnell. Ähm. Seine Ausdauer. Ich sag, die Uhr ist ja schon 17 Uhr. Und wir haben noch nicht eine einzige Quest erledigt. 70 Pfeile. Ich denke, das reicht jetzt für den Moment. Inventory. Wie viel Maid, was brauchen wir dafür? 2. Ja, gucken wir mal noch 10. Machen wir noch 2 Pfeile. 1. Noch 1. Toll, jetzt haben wir einen mehr. Egal. 1, 2. Alles verbraucht, was wir haben. So. Gut, dann holen wir jetzt unseren Rucksack ab. Aua. Plant Fibers nehmen wir mit. Und irgendwo hier dürften die Tufts hingeflogen sein. Da. Inventory. Equip. So. Dann laufen wir jetzt mal zum Rucksack zurück. Ich glaube, es sind ja mittlerweile sogar schon 2, weil ich schon wieder zu ungeduldig war. Sepp. Hier schnall ich doch schon wieder irgendwo eine. Sieht gut aus. So. 200. Ständig holen, holen, holen. Rucksack, Rucksack, Rucksack. Hier ist schon wieder der Saftcontainer. Ich weiß gar nicht, woran bin ich denn diesmal? Doch, ich bin wieder an dem Marienkäfer verreckt, ne? Na gut. So. Noch ein Stück. Trotz dessen, dass es jetzt dunkel ist, werde ich jetzt mal einen Rucksack holen. Dann werde ich gleich schnell gucken, dass ich einen Lian Tula hingeflastert kriege. Und dann werden wir uns trotzdem nochmal mit dem Marienkäfer hier auseinandersetzen. Passt noch was nicht. Na gut, durch die ganzen Pfeile, die ich jetzt hab, ne? Machen wir gleich. Equip. 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 Craft. Utilities. Leanne 2. 10 Cloverleaves. 2 Sprigs. 2 Cloverleaves drin. Nein. Ähm. Ach so, kann ich so nicht machen. Muss ich mich gleich noch drum kümmern. Deventory. Nichts bei, was ich einfach essen kann. Was ist denn, wenn ich das so esse? Offensichtlich nicht allzu viel. Doch. Equip. Wenn ich jetzt sterbe, weil ich das Ding gegessen hab, naja, dann weiß ich nicht weiter. Plan Fire was noch? Ist es schon so weit? Nein. Ähm. Craft. Irgendwas müssen wir auch hier machen können. Fehlt wieder Sepp. Lava. 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 Hammer. Dummerweise ist das Inventar jetzt zu voll. Drop. Drop. Lava Spike. Was ist mit der Fackel passiert? Quip, wenn ich mal ein bisschen Überblick haben. Craft, Materials, Vogis. Inventory. Drop. So. Trash. Yes. So, das ist erstmal der Rucksack jetzt. Er kommt hier. Und schlafen. Gut. So, dann werden wir an dieser Stelle doch nochmal einen Cut machen. Und, ähm, ja, werden uns dann in der nächsten Folge nochmal mit den Marienkäfern auseinandersetzen. Weil, so wie es jetzt aktuell ist, hat das keinen Sinn. Da muss ich noch irgendwas tun, um das auch definitiv hinzubekommen. So, noch schnell gucken. Hier gab es dieses Zeug. Acid Gland. Das wollen wir auf jeden Fall haben. Drop Stack. Ach, jetzt habe ich es genau da drauf geworfen. Gut. Schieb ab. Wo ist das Acid Gland? Da. Jawoll. Das nehmen wir. Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.